Hallo, ich wünsche euch ein fröhliches Weihnachtsfest. Ihr sollt die Tage genießen. Ich hoffe, ihr werdet reichlich beschenkt. Ihr beschenkt auch hoffentlich gerne und reichlich und freut euch dann an allem, was ihr dort erlebt. Das ist mein kleiner Weihnachtsgruß an euch. Das, was ihr im Hintergrund seht, ist die Weihnachtsdeko, die meine Eltern aufbauen. Ihr kleines Weihnachtstürchen, da haben sie immer sehr viel Freude dran mit der Eisenbahn, mit der ich auch als Kind schon gespielt habe. Die dort im Kreise fährt, beziehungsweise die ist sogar schon so alt, dass sogar mein Vater damit schon gespielt hat. Gut, ich wünsche euch was. Rutscht gut rein ins neue Jahr, feiert schön und wir sehen uns hoffentlich alle gesund und munter nach den Feiertagen und im neuen Jahr wieder, auf das wir die 1000 Abonnenten schaffen. Bis denn, tschüss.